zusammen da sind wir wieder jawohl hier im was muss immer dann ein vergessenen tal oder moment nicht raste aber sich nicht rasten versunkenes tal ist das komische vergessen das tag ach du scheiße kanonenfestung okay kanonenfestung ja das kommt man jetzt da kommt wie gelege der aus wo sind wir denn jetzt das ist wahrscheinlich ach du scheiße du gehst ja noch weiter nach nur noch ohne oder acht mistischer mist kam die das wasser oder was ich kann immer noch nicht tauchen das ist blöd weil wir erstmal gucken wo bin ich jetzt herkommen hierher kommen ja hier bin ich herkommen ja okay hier will man wird natürlich auch wieder dann geht es doch weiter aber da wird wahrscheinlich wieder so ein kopflose lau ach du scheiße haben sie die beim stehe nagelfeile hallo wie kann ich denn jetzt mal hier du arschloch oh springe denk dran Springe, Alter, springe Ach, langarm Giraffe ist das Im Leben ist das Giraffe, ja Ach, scheiße, Herr, ich Ach, ich bin ja vorher schon gestorben Das ist ein Giraffe Ach, du Scheiße Ach, gut Haben die mir wieder Fähigkeitspunkte abgesaugt Ach, du Scheiße Ich hätte einmal was trinken können, oder? So zwischendurch Ach Giraffe, warte Ach, scheiße, ich scheiße auf die Giraffe jetzt Schwing, schwang, schwung Block, äh, nix, blocken Parrieren Und springen Springe ist wichtig, weil das ist ein Rundum-Augriff Sekiro, merkt ihr das? Den kann man nicht Das ist auch wieder so eine Scheiße Ah, das ist nur ein kleiner Habe ich irgendwas, wo ich ihn vielleicht ein bisschen betäuben könnte? Ich habe gar nichts Der Nagelfeilen-Mann Ich habe gar nichts Der Nagelfeilen-Mann Ich habe gar nichts Der Nagelfeile-Mann Und dann du blöde blöde giraffe du blöder herr geraffet es war im leben keine giraffe buddha was ist das eine das sind schmetterlinge außenrum was gut riechendes großer fächer ein fächer aus roten aralia blüht blättern wird durch einbau in die shinobi prozesse zum prothesenmodul also erzeugt ein wirbelwind ein windwirbel der jeden weg zaubert den erfasst den erfasst göttliche entführung durch einen fischer beim zweiten mal bist du verloren wirst du entführt geht zum berg kongo im sempotempel werden wir tugendhafte taten vollbringen ich verstehe es nicht aha schrott tor und das war es jetzt auch wusste man jetzt ich bin der runtergefallen aber nun kommen wir da wieder hoch ein kleiner schluck aus der pulle da liegt noch mal gelbe schieb also hier ist schon ein gelbes schießpulver der tagesart in dieser und schwarz ist gelbe und geht es hier hin vielleicht raus nach draußen manchmal denn noch die raffe das ist eigentlich mal merken konnte stelle ich mal hier wieder gerade dass ich was ich weiß nicht was das ist eine fröhliche deckung gucke wo ist der andere w aha ok alles klar falsch falsche richtung merkt ihr doch den weg anhand du hast doch diese diese fucking beheben der reis kanad und das noch einer da kommen wir neue wisse hallo sekiro mach was kommen wir den fenster trümmern da liegt was mit einem eine rätselhafte situation ich trau mich nicht nur noch zu springen habe angst genau das habe ich schon aha machen wir die der auf ach du mieser peter und so war man glaube ich da geht es nicht weiter bist du sicher ja also runter geht es nicht aus der heilenden kürbisflasche noch ein versuch ok 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 also hier hier ist feier und links ist feier und wir sind warum das das handel ist das ist das ist gehauen das ist das ist ein schädel von einer armeise mit geweihe von dem hirschkäfer das ist brutal aber guck doch alle haben wir noch oben du holst kopf muss ich gerade sagen ach du gehst du gehst ja weiter hallo 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 feinde in der nähe ach jetzt immer auf der seite moment das sind mehrere wenn jetzt wenn nicht sogar zwei und dann holt 3 halb nächster feuer nicht vorher noch feuer und gibt ach du scheiße deckung wir sind safe der lassen wir die da unten ach du scheiße steigt das her warte 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 was haben wir denn haben wir hier was was habe ich denn eigentlich von denen ach gegen mittelputa nehmen und feuer feuerabwehr was war das jetzt wieder kontaktmedizin löschputa mal genau okay passiv sondier die lage wirkt es wie lang wirken es zeigt eigentlich muss ich gerade sagen ach das ist ach das ist so einer hallo moment jetzt bin ich wieder verwirrt gegen mittelputa gegen mittelputa klapp meser klapp meser doodle super such starten ach wo ist noch einer ich hab einen conversations haber ok zu scheiße von der wäsche überrascht das sind überraschungen und jedem eke ende aktuell besitzt der wolf wesentlich wohl also kontaktmedizin lösen schwache gift er tut ok das war das was ich gesehen habe von der über ok also das hat alles eine logische aufgebaut so geht es nach unten genug nach unten ein narf ist ein narf ja ok also dann jetzt nach oben ok was macht nichts jetzt immer wieder her ich hätte aber noch was es könnte also sein dass man umstände nicht ganz allein sind oder nicht ja ich will es jetzt auch nicht sagen der über ist vielleicht gar nicht ganz verkehrt ha 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 freunde dieses kraft haben wir haben die dort gepflastert die haben die die haben die wände gepflastert mit diesen gröten diesen plöten die spritzen anomalien bleib liege die animalischen bestien schweiz da muss ich aufpassen wenn du also ernst will ich euch sagen ich bin froh wenn die ps5 kommt ja also ich soll gar nicht die ps4 mag aber ehrlich ich bräuchte mal bischöp entweder brauche neue brille oder ich brauche besser schade dass man hier keine karte aufrufen kann ich glaube da waren wir oder ja da waren wir jetzt mal geht es da weiter zurück also praktisch so zu sagen hallo hallo wo man hallo hallo loot ist gut wie ballon der seele kenne ich nicht will ich alle kennenlernen das ist jetzt wieder nicht das ist kein wasser da rundweg achso halb nicht das ist immer wieder es immer wieder hoch okay und und nun ah josephe hallo sie selbst du hast noch ein kopf zumal zumal als muss er doch irgendwo muss er musste doch an weg geben muss weiter weiter hier war dieser die giraffe okay ach du das ist immer doch super ja hallo ich sag mal sag mal was sag mal was irgendwas wenn ich hier nicht raus beschlossen toll sieht ja ganz gut aus der trasse ist eine brücke ich sehe da ist ein fels oder was hängebrücke da unten war mir jetzt das haben wir jetzt auch gesammelt wir müssen wahrscheinlich noch mal zurück durch die ganzen harten die wilden horn entweder bereisen wir könnten raste die sind dann zwar wieder doch aber die sind ja sowieso doch wir sind ja falsch gesprungen asten ist ein falscher ritt in den tod drei tatsächlich habe drei erkennen erinnerungen das ist blöd geisterbläme könnte ich kaufen mache ich auch mal voll wohl mit geistert geistert blämmen im blämmen hier aber die babbidi booh scheiße ja schlöscher die ganze arschlöscher wieder dora wow ach war das blöd jetzt war das blöd freunde ach komm her freunde der cornet oder falle und der wolf weiß der bastian den hinteren mache ich spielte ach das ist so mies ja so miesen so ist zum miesen naja machen wir nicht viel doch wir haben viel verloren na gut immer nicht halt und jetzt streng dich aber ein bisschen an das gibt eine tüte guck mal die hände ich gleich vergessen dann nimmst du den mops daneben dann rechts und hauschen einfach dein zäbel durch die durchs rechte ohr es holt ob es es holt schaffen wir so ach du scheiße wirst du mal moment warten jippie 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 wir kommen hier nicht raus oder wir kommen nur rein aber nicht raus wir haben die graffe getötet aber wir kommen nicht raus wir können hier in den tod springen das bringt uns nichts ja stimmt auch wieder moment langsam und der andere hat sich wieder umgedreht clubesäke drüben jetzt komme aber von hine haha Ah, Freunde! Ha, ha, ha! Echt lang vor. Ich glaub, da ist auch noch einer, ah ja, wissen wir was es ist? Der Trommler wahrscheinlich. Oh du Scheiße! Das sieht übel aus, der Kerl! Die Trommler. Warte, inheber ein, ah ja. Scheiße. Ich weiß nicht, warum ich nicht in der Lage bin momentan, diese Taste zu drücken. Warum, dass ich nicht R1 drücke? Ich weiß es nicht. Ich drücke R1, aber ich... steht anscheinbar falsch. Hey Kumpel! Warte, warum kriegen wir denn so? Ne, der guckt gerade her. Gute Leid, die zusammengewickelte Bambusstücke her. Magisch, magisch, alles magisch. Wo bin ich denn jetzt? Ach du, ist das die Brücke? Nein, das ist die Brücke nicht. Das ist die Brücke, wo man abstürzt. Man hätte also aber Ato rüber schwingen können. Oder warte, 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 wo geht's denn durch? Ja, man muss... Hä? Hä? What? Ich bin verwirrt. Ist das ein gutes Versteck, oder nicht? Gut, vielleicht... Für ein Außenstehender. Aber für einen Ginobi. Ist das hier gar ein gutes... Ach du. Kein gutes Versteck. So, Moment, langsam. Denn da haben wir... Jetzt haben wir doch mal noch... Die machen wir alle, aber das ist mir scheißegal. Jetzt... und dann gucken wir noch mal, ob wir denn... Wie ist das? Scheiße. Scheiße. Die haben doch Falle, ich still. Ich schlatschau schon wieder neu, ja. Shura Futschi, oder Shira Futschi. Futschi, Futschi. Hey Futschi. Arschloch. Hau ab. Ich wollte eigentlich... Ich wollte eigentlich... Ich wollte eigentlich was anderes machen, ne? Hab's aber nicht. Jetzt bin ich... Wow. Arsch... Das ist ja noch so ein Arsch. Eigentlich wollen die schon... Mikirik runterlanden. Da wo? Kann ich denn nicht magieren? Ach, du müsstest... Der... Dieser... Der Scharfschütze auf... Der hat doch... Der hat ja gar nicht einmal Verpflegung, der Typ. Boah, die Falle muss ich schon mal merken. Ich hab's schon wieder vergessen. Enddachte zwischen schon ist Feier um. Explosionsfalle. Was du jetzt haben? Ich hab's doch... Du musst drüber springen. Das kann das sein. Ha, ha. Ach du, und wie laut? Ich schreibe es mal auf, wenn ich es aufschreibe, finde ich den Zettel nicht mehr. Jetzt muss ich aber ehrlich fragen, wo bin ich denn jetzt hergekommen? Das ist die Brücke, da bin ich hergelaufen. Ich habe doch aber noch eine andere Brücke gesehen. Irgendwo war doch auch noch so eine entzückende Brücke. Da waren wir eben. Wir hätten da auch außenrum schwingen können. Die Hektik, das habe ich nicht gesehen. Was ist denn das da unten? Ach du Scheiße, wie komme ich denn da hin jetzt? Da sitzen ja noch Schafschützer, Polamänner, da sitzt gar einer. Ja, da hätten wir jetzt auch noch so einen, da wäre es jetzt auch nicht drauf gekommen. Einfach mal noch ein, das sind zwei Stück noch. Komm ich denn nicht her? Ne, ne? Ach Scheiße, ach Scheiße, ne, da komm ich nicht mehr her. Hör auf, bin ich denn jetzt wieder? Ach, gut, ne, ja. Ach, ich kriege den mit Gierig und dann nehme ich her. Ich will jetzt nicht mehr her. Ich finde sie pleit, wenn mir Kierig, wenn da. Oh, Allah, warte mal. Ach, 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 ach. Ach, 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 ach. Ha, 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 ha. Herr Kras, jetzt habe ich geguckt, eben, du Eiergut. aber wohl der mama so alle jetzt was du hatte so gefahrt wo geht es denn so die ziehe wieder macht doch nicht alles kaputt du geht es aber nicht irgendwo neu oder was oder wo ist die brücke bergte die brücke die brücke ist dann die brücke ist dein wie sagt man ein fixpunkt ein fixpunkt es wird hier noch ganz schön kribbelig das bin ich das haben wir jetzt kein ankerpunkt mehr ich schaue das net denn könnten wir jetzt nehmen aber dann komme ich jetzt doch wieder nie war ach du da dann auch an schnee und heiß und das es ist nicht gut müsste da irgendwie wieder nimmer kommen oder nicht es kann doch nicht sein dass man wenn du nur rüber kommt und nicht nimmer in diesem unsäglichen net das war ich unsäglichen kalten gebirge gut ist mir jetzt nix die mausage vor allem ehrlich ne da ist auch noch mal ein baum also ein ast ein ast und nun jetzt was das ist ja saublöd hier bekomme ich den auto nach meine fresse ich weiß auch nicht ok dann müssen wir wieder tot die war rüber darüber darüber aber und dann unter umständen noch mal einen kleinen umweg hoch nix geht nicht alle einen kleinen umweg und dann einen sprung ach du scheiße ne oder ach du scheiße ne freunde warum machst du denn auch so sache das hat doch jetzt so gut geklappt ja ok besser 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 so und jetzt haben wir hier vor uns nur die den stürz in die tiefe wenn man nicht rechtzeitig springen aber darüber müsste man eigentlich mit diesem grafen dämon dem schlitzenden manikürenden ach du das war aber knapp ja schon springt er immer 300 meter weit und jetzt auf einmal bloß ach ich will da auch nicht mehr hin das vergesse ich schon ein bisschen verdräng ich heute Nacht träum ich noch davon so jetzt haben wir den schlangenauge ähm warte mal was habe ich noch eigentlich oh 5000 brauche ich noch ja gut da kommt es jetzt auch nicht drauf schlangenauge ähm zieh mich ran da muss ich jetzt passen aber vielleicht kann ich ihn ein lebenspunkt raube durch jetzt weil er rechnet ja nicht mit dem dass ich da jetzt komme hoffe ich mal sonst muss ich ja wieder von dererseit wo ist der jetzt wo ist der jetzt ich ja ach kommt der sei bin zu blöd dazu her ne ich bin zu blöd ach ich hab gelust mehr ehrlich Schirafuji ach du komm mir am Marsch lege ach ne ich hab doch nur die Endtaste drücke Arschloch ach du Scheiße ach du Scheiße wow noch einer und ich bin hinüber wieder ah fuck you fuck you mit deiner Scheiße ich hab gelust mehr ehrlich nicht mehr ehrlich da sind wir wieder hier jawohl und zwar Schlangenauge das mal versuchen wir es ein bisschen besser zu machen das mal wenigstens ein Todes Schlagbalge wegkriege von dem Heini Mensch das kann doch nicht so schwer sein das ist ja bloß die richtige Taste im richtigen Zeitpunkt drücken ok boah Drecksack komm mal plucke muss man nicht aber und schön mit der ist aus dem Fokus springe wow langsam 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 alter der der ach schon wieder aus dem Vogel schade wow dreffa wow dreffa du du Arschloch du blähtes du blähtes boah du scheiße mal eine Pumpe die pumpt wieder wie eine Pumpe habe ich überhaupt aufgenommen ahja ok du scheiße das hätte ich hier verfallen so jetzt und jetzt und jetzt sind wir jetzt hier fertig oder nicht wir müssten jetzt eigentlich nur vielleicht noch ein kurzes da ist ein Lager Schlangenauge äh hier ist hier ist hier ist hier wartet der sichere tot aber nicht durch erfrieren sondern durch den Sturz den Sturz da liegt der ja bleibt noch ein Lager sag das das sag ich es wer ist denn das da wo ist denn da wo ist denn da wo ist denn da ist da noch einer da irgendwo oder oder der oder der oder was oder der oder ist nix oder da ist da was da steht einer schießt noch einer und noch einer mit dem Schießgewehr wo kommt die Kugel her ich sehe es nicht es scheint ich kann es nur ahnen von links was da hinten am Berg da über ah ja ok dann haben wir vergessen abzumurksen jetzt will man nochmal wollen wir wollen wir wo wo ist da noch was da unten nö halt ok moment 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 also das ist hinter uns wie kommen wir jetzt eigentlich da wieder wenn ich froh da ist da unten auch was ach du schweig das war jetzt wieder knapp her ne das ist nur Astgewirre ich konnte es heute das ist doch nicht weg dumm nicht einfach wieder so zurück an den Buddha um 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 einfach ähm ja sieht nicht so aus ok dann mache ich es auch noch da dann reiße ich das hier oder dann sind die alle wieder am Leben aber da will ich nicht hin warte mal ich brauche einen Plan ich brauche einen Plan ich bin planlos ja das ja Moment darüber müssen die irgendwo stehen ja ich hab die Waffe hier ja die Eier gibt ach du scheiße man ja da verstehe ich irgendwo wie bin ich denn da niedergekommen ja da wollte ich mache ich alle du Pisa Drecksack ja aha na warte mal ein Moment du kleinest uuhh nix uuhh 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 Arschloch so jetzt müsste aber der Weg frei sein Freunde ich hab die zwei einfach übersehe ja verlauter lauter so jetzt ist aber Ruhe hier im Karton im Karton uuhh 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 da waren wir jetzt schauen wir uns ganz ruh in aller Ruhe ohne störende Einflüsse von außen den Weg an wie wir da zurückkommen guck mal Sekiro Schatzi Butz Butzi Schatz das ist ja ein Buddha ach du scheiße Freunde das ist ein Buddha wow